Ja Leute, willkommen zu unserem nächsten Video. Wie ihr ja schon auf Facebook gesehen habt, waren wir auf der Angelmesse in Duisburg unterwegs. Haben natürlich wie so oft die letzten Jahre, haben wir da wieder jede Menge gekauft. Diesmal haben wir viele coole Leute kennengelernt, mit denen man sich super unterhalten konnte. Und wir wollten euch mal zeigen, wir haben uns natürlich wieder jede Menge Lieblingsköder gekauft. Hier zum Beispiel Möhrchen, hier den Käpt'n von Lieblingsköder und natürlich den neuen Fire Tiger. Ja, ich werde jetzt mich abholen und dann sehen wir uns dann gleich. Schalten wir ein und der Rest wird dann nachher im Wasser erklärt. So Leute, Mischi ist jetzt auch dabei. Nur um mal kurz zu zeigen. Manchmal muss man durch Lücken und Äste krauren, um auch mal gute Stellen zu erwischen, wo sonst normalerweise gar keiner ist. Hier seht ihr, jetzt haben wir hier eine Kehrströmung und hier vorne, hier in dem Bereich, ist es relativ flach und ruhig. Da versuchen wir jetzt mal, oder vielleicht mit Jerkbaits, noch den ein oder anderen Hecht noch überlisten können. Wir werden jetzt sonst mal hier durchs Ufer durchkämpfen und mal gucken, ob wir da irgendwo ins Wasser kommen. Wie der Sünderich eben schon gesagt hat, werden wir versuchen, Heche zu erwischen in den Uferbereichen. Aber es wird heute ein bisschen schwierig, weil das Ufer recht schwer zugänglich ist. Schauen wir mal. Dann sehen wir uns später vielleicht. Und Mischi, wie läuft's? Jetzt noch nix. Was hast du auf den Köder drauf? Also, momentan haben wir einen Basterjog im Hechtdekor. Hat ungefähr zwölf Zentimeter und so um die 30 Gramm Wurfgewicht. Und jetzt sehen wir mal, ob vielleicht der ein oder andere Hecht vielleicht noch Lust hat, da drauf zu beißen. Alles klar. Weiter geht's. So Leute, an den ersten paar Stellen ging leider nix. Und wir werden jetzt mal einen Stellenwechsel machen, weil... Irgendwas muss es ja heute noch geben. Irgendwas muss es heute noch geben, genau. Na, schauen wir mal, ob die nächste Stelle ein bisschen besser sein wird. Wie gesagt, bei Hochwasser sind es ein bisschen schwierige Bedingungen. Und die Fische verhalten sich auch anders. Deswegen schauen wir mal, ob jetzt nach dem Stellungswechsel eventuell doch noch der ein oder andere an den Haken geht. Wenn wir was kriegen, seid ihr natürlich live dabei. Also, bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Ich gehe mal rüber zu Michi der hat nämlich eben gerufen, der hat einen Biss. Aber wie ihr seht, ist das gar nicht so einfach. Der Michi hat sich nämlich wieder irgendwo in irgendein Loch verkrochen. Da ist er. Und Michi, hat es einen Biss gehabt? Ja, ich glaube, war ein Kupfer Biss, aber er ist nicht umgefliegen. Ah, schade. Das ist natürlich schade. So Leute, wir sind an der Saar unterwegs und wir werden jetzt ein paar Würfen mal versuchen, ob wir auf die kalten Tage vielleicht nicht noch den einen Hecht oder Zander erwischen können. Und dann schauen wir mal, was geht. Hier an der Stelle ging leider jetzt nichts. Wir haben ein paar Würfe gemacht. Und jetzt drehen wir mal gleich weiter an die nächste Stelle. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht nicht noch den einen oder anderen bekommen können. Wollten wir es bekommen, schalten wir die Kamera wieder ein und lassen euch das nicht ausgehen. Hihiiii! So Leute, wir haben jetzt eben noch mal einen Platz gewechselt. Mich hätte jetzt hier eine schöne Nase gefangen. 49 cm. Schöner Fisch. Wie viele von dir? Wie viele von dir? Wie viele von dir sind. tief und nicht in die Hände herkommen? Wie viele von dir sind. Wie viele von dir sind die Seiten ab und die Hände der Nasekvar. Wie viele von dir sind die Hände der Hände der 어디? Woher du dich? So Leute, wir sind jetzt am Ende von unserer Tour angelangt und leider waren die Bedingungen etwas schwierig und wir nochmal einen kurzen Rückblick zu unseren Ködern, die wir jetzt in den letzten Tagen benutzt haben. Das ist einmal hier von Lunga City in einem gelb-braun, weil das Wasser war relativ trüb und der Köder hatte eine relativ grelle Farbe. Dann haben wir als weiteres Köder von Westin Fishing benutzt in einem blauen Silber mit einer roten Schwanzplasse hinten dran und dann noch ein paar andere kleinere gängige Köder, die auch für den ein oder anderen Zander vielleicht ganz schmackhaft sind. Dann haben wir auch noch hier von Lieblingsköder, das Möhrchen ausprobiert, aber da gab es leider auch nichts. Svenny hat versucht hier auch mit einem gelben Jigkopf noch auf dem Köder als kleinen Kontrast, dass das vielleicht noch etwas gebracht hätte, aber es gab leider auch nichts. Ja, wie eigentlich so bei jeder Tour von uns, probieren wir natürlich auch die Jerkbaits weiterhin aus. Hier noch welche von Westin Fishing auch hier in so einem Art Fire Tiger Muster, sage ich jetzt mal. Bringt auch hin und wieder mal den ein oder anderen Hasht und hier ein bisschen weil es neutral ist. Ja, wie gesagt, die ersten Tage sind jetzt vorbei im neuen Meer und wir hoffen, euch hat das Video trotzdem gefallen. Wenn ihr Spaß auf weitere Videos von uns habt, dann schaltet wie gesagt wieder ein, abonniert unseren Kanal und lasst ruhig mal ein paar Kommentare da und dann sehen wir uns spätestens im nächsten Video. Alles klar, dann macht es gut, alles Gute von Angelfreaks on Tour und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.